hallo und herzlich willkommen leute ich bin's euer dritt und erst mal vielen dank dass ihr zu meinem neuen new world video eingeschaltet habt diesen pull machen wir alle 40 bis 60 sekunden bedeutet über 50.000 xp pro stunde der spot ist noch nicht so bekannt nutzt es jetzt noch aus ich bin auch nur beim besten durch zufall drauf gestoßen und auf einmal war hier eine gruppe und ich habe mich mit den jungs unterhalten und habe dann mit denen gegrindet sehr sehr geil und später habe ich das noch mit einem kollegen perfektioniert wie das ganze funktioniert seht ihr in diesem video wenn ihr so ein content nicht mehr verpassen wollt dann drückt hier unten den roten fetten abonnieren button und lasst supporter und jetzt würde ich sagen let's go zuerst einmal ist natürlich am wichtigsten wo ist dieser platz und das ist an der unsteten küste und zwar hier oben rechts ja hier gibt es auch noch einen schrein den sollten ihr euch auf jeden fall holen und dann solltet ihr auf jeden fall auch ein zeltlager vorstellen und dann geht es um diese beiden posten und zwar den kanalblick posten und der meeresblick posten auf jeden fall wie schon gesagt habe stellt euch da vorne ein zeltlager falls ihr mal drauf gehen solltet und dann müsst ihr halt nicht den ganzen weg laufen ja und dann geht ihr einfach hin und pullt alle mobs einmal in diesem vor einfach einmal drum herum laufen ich kann euch das ganze demonstrieren werde aber nur ein teil platt machen können und außerdem war gerade schon jemand hier am polen also der platz ist noch nicht so bekannt ja ihr solltet das auf jeden fall ausnutzen denn hier macht man wirklich xp ja ihr geht einfach hier durch ja pullt von hier aus auch mal alle mobs alles rein alles rein was geht hier hinten die ganzen mobs ja die werden sowieso body gepult ja dann nehmt ihr die noch mit das schwein lasst ihr außen vor ja wirklich alles mitnehmen was geht und ihr seht ihr jetzt ist es ein bisschen leerer hier an der stelle weil ich eben gepult habe und weil hier die beiden kollegen wahrscheinlich genau das gleiche machen wie ich und dann geht ihr einfach hin und macht sie hier platz ich hole jetzt mal zu den kollegen hin hier dann werden sie wahrscheinlich kurz helfen die machen das gleiche von jeder seite aus ja deswegen war es gerade ein bisschen leerer und so funktioniert das ganze und ihr macht eine menge xp ihr habt es ja eben gesehen und dieser platz wie gesagt er wird immer bekannter leute farmen hier extrem krass extrem viel hp und das funktioniert viel viel besser als die schweine farm außerdem können hier auch noch wie auch in der schweine farm können ihr auch noch epische teile droppen ja und es funktioniert aber wirklich sehr sehr gut es ist aber auch ein eishandschuh zu empfehlen erstens weil ihr dann den cc habt und zweitens beziehungsweise eisstulpe entschuldigung erstens habt ihr den cc und zweitens sind sie gegen eis quasi habt ihr einen erhöhten schadens buff und deswegen funktioniert das so gut der hat jetzt nicht gut gepult aber ihr seht der hat auch ein eishandschuh dabei und dann machen wir jetzt mal gerade einfach mit hier ja und dann seht ihr wie hoch die xp einfach schnallt ganz ganz easy der boy hat einfach gerade gepult ja live im video mache ich das jetzt hier vor und es funktioniert einfach krass das waren jetzt schon 1000 xp ganz ganz easy gefahren könnt ihr einfach euch so einer gruppe anschließen am besten macht ihr auch keine gruppe dazu denn wir wir machen das immer ohne gruppe also wir treffen uns einfach mit paar leuten und spielen das einfach runter denn wenn ihr nicht in der gruppe seid kriegt ihr mehr xp jetzt habt ihr super gesehen ja live im video gerade präsentiert also so easy ist das und dann wartet ihr kurz bis der spawn kommt 30 40 sekunden ja und dann geht das ganze wieder von vorne los und ihr macht wieder 1000 xp also gönnt euch diese krasse position gönnt euch die xp und den loot leute mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen man muss ja nicht immer stundenlange videos machen wenn alles gesagt ist hier an der stelle die auch ein zeltlager hier gemacht regen gerade und dann wird gleich wieder zum nächsten pull angesetzt hier zeige ich euch jetzt die aufnahme mit den jungs die ich gestern getroffen hatte wo ich mich gewundert hatte was die hier machen ich hatte hier gelevelt und auf einmal sehe ich hier die ganze horde rumlaufen und dann habe ich mich mit denen unterhalten habe ich denen dann angeschlossen weil ich auch einen eishandschuh hatte und da habe ich auch geschrieben hier können wir das ganze war für youtube machen weil ich das mega krass fand und hier natürlich gesagt ja klar jung komm her let's go youtube schreibt dann noch richtig ehrenhafte leute in new world fand ich sowieso bis jetzt immer sehr sehr sick die community und da dachten wir tatsächlich 700 xp für einen pullen wäre extrem krass aber ich habe das dann über den abend hinaus noch optimiert und habe mich dann mit einem kollegen zusammengeschlossen das zeige ich euch jetzt und zwar hier haben wir das ganze dann zu zweit gemacht und dann nicht in der gruppe sondern wir haben uns einfach so abgesprochen das heißt wir waren nicht in einer gruppe sondern jeder für sich haben uns aber natürlich die ganze zeit unterhalten hier im gebiet channel oder per dm also direct message und dann hat der einige pullt und der andere hat dann draußen gewartet und wir hatten beide einen eishandschuh das funktioniert dann sehr gut wegen dem cc das seht ihr hier der freestyle zum ersten mal ich setze dann die den eissturm davor damit alle wirklich durchlaufen er läuft zurück damit wirklich alle attack werden geht in den pillar rein und dann seht ihr hier easy 1000 xp ja und das sind sogar manchmal noch mehr teilweise bis zu 1500 xp je nachdem wie viele mobs wir bei dem run mitbekommen sehr sehr geil der nächste spot ist bekannt und man hört sich schon im hintergrund das große schweine schlachten hier oben auch in der unsteten küsse die wildschweinaue und ja hier ist immer irgendwas los weil hier werden die ganzen wildschweine gegrindet die eigentlich permanent spawn und hier kann man auch sehr sehr viele xp grinden und wer heute noch nicht auf 200 hat ja hier weniger als eine stunde da hat man heute und spuren lesen auf 200 ich glaube ab 100 kann man die heute hier die wildschweine ja und damit kann man dann auch aus den dicken häuten kann man dann das letzte leder machen also hier einfach weiß ich nicht einfach einfach mitten rein stellen oder keine ahnung wie es macht ist egal ihr macht ihr pro schwein ungefähr 30 xp und die spawn durchgehen plus ein boss und die gibt es auch noch epischen loot also wer diesen spot noch nicht kennt hier ist wirklich immer dauer gegrindet ja man sieht es ja auch und hier kann man meiner meinung nach schon ab 35 anfangen zu brennen aber mir gefällt der neue spot besser und ich habe noch einen anderen spot den muss ich aber testen der scheint auch sehr sehr krass zu sein das video wird dann bald kommen hier war der boss gerade und dann geht er einfach hin heute den kram ja einfach schnell die ganze zeit e spam einfach alles weg heute aber was nicht zu vernachlässigen ist wenn ihr auch pure xp ausseiten würde ich auch hier die ganze zeit heute weil die elf xp in der gruppe ja während die anderen die schweine erledigen sind auf die dauer nicht zu vernachlässigen also wenn ihr alleine seid schließt euch am besten hier einer gruppe an oder ihr seid schnell genug ja macht genug schaden dass sie immer die 31 xp pro schwein abbekommt und dann aber was soll ich dazu sagen grünliches schweinemetzeln so das waren die beiden spots ich sage mal so die wildschweinaue ist bekannt aber den spot den ich euch als erstes gezeigt habe der ist noch nicht so bekannt nutzt das wirklich aus ich glaube da sind die ganzen booster unterwegs ich weiß es nicht aber dadurch dass es so wenig sind aber das so organisiert aussieht glaube ich dass da einige booster unterwegs sind weil er ist wirklich effektiv auch viel effektiver als jetzt hier die schweinaue viel spaß mit den beiden spots gönnt euch heute gönnt euch auch das fleisch zum kochen damit könnt ihr super level versucht das ganze so gut es geht alleine zu machen nicht in gruppen sprecht euch lieber so ab damit ihr die meisten xp mitnehmen und ansonsten wenn ihr kein video mehr auf diesem kanal verpassen wollt dann drückt den roten fetten abonnieren button und lasst doch bitte support da würde mich natürlich freuen und bis zum nächsten mal vielleicht sehen wir uns ja auch live auf twitch ich streame fast jeden abend schaut einfach vorbei bis dann bei euer dreid ciao